Ein paar Tage nach dem G20-Gipfel in Cannes kommt ans Tageslicht, was die EU-Partner Deutschlands wirklich wollten. Die Devisen und Goldreserven der Bundesbank beispielsweise sollten angezapft werden, um den Hebel des Rettungsschirmes noch auszuweiten. Aber das hat die Bundesbank abgelehnt. Darüber wollen wir sprechen mit Professor Nils-Olaf Angermüller. Herzlich willkommen hier an der Börse Stuttgart von der Hochschule Harz. Wie gefährlich wäre denn ein solches Anzapfen gewesen? Hätten wir Deutschen dann quasi unser letztes Hemd geben müssen? Das letzte Hemd vielleicht nicht, aber es zeigt vor allen Dingen die Ausweglosigkeit der Situation, in der sich die Politik befindet. Es zeigt, dass man mittlerweile auch über Schritte nachdenkt, die vollkommen gegen das Unabhängigkeitsgebot der Bundesbank gehen. Und es zeigt darüber hinaus auch ganz unterschiedliche Stabilitätskulturen in Europa. Und eine derartige Verpfändung ist natürlich gefährlich, denn sie würde das falsche Signal einer politischen Abhängigkeit der Zentralbank senden. Und man darf auch nicht vergessen, Sie wissen heute nicht, wie sich die Situation entwickelt. Wir haben vor anderthalb Jahren vieles als alternativlos hingestellt bekommen. Wissen Sie, ob Sie vielleicht in einem Jahr wieder über nationale Währung oder einen Nordeuro nachdenken wollen oder müssen. Und dann wäre es fatal, wenn unsere Währungsreserven auf diesem Wege nicht mehr vorhanden wären oder verpfändet wären. Heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass der Rettungsschirm EFSF, so wie er gefunden wurde, einmal mehr nicht ausreicht, wenn jetzt schon wieder über solche Maßnahmen zumindest in den Hinterzimmern nachgedacht wird? Danach sieht es eindeutig aus. Man darf nicht vergessen, dass aktuell Italien als eine der größten EU-Volkswirtschaften, eine drittgrößte EU-Volkswirtschaft, aktuell, sagen wir mal, unter Spekulation steht. Wir haben es zu tun mittlerweile mit Zinssätzen jenseits der 6 Prozent, die Italien für neue Schulden bezahlen muss. Italien ist insgesamt mit rund 1,8 Billionen Euro verschuldet. Das ist also sehr viel, fast so viel, wie Deutschland insgesamt an Schulden hat. Allerdings bei einer schlechteren Wirtschaftsleistung. Und natürlich würde dieser Rettungsschirm eine gewisse Zeit ausreichen, gerade in seiner gehebelten Form wahrscheinlich. Denn man darf nicht vergessen, dass Italien natürlich dieses Geld nicht von heute auf morgen umschulden müsste. Aber nach und nach würde er wahrscheinlich auslaufen. Und das Problem am Finanzmarkt ist immer die Glaubwürdigkeit einer Maßnahme. Das heißt, es reicht nicht aus, nur heute ein Feuer zu löschen, sondern die Finanzmarktakteure handeln ja auf Basis von Erwartungen über das, was in der Zukunft passieren wird. Und wenn daran nicht geglaubt wird, dann wird dieser Rettungsschirm auch irgendwann nicht mehr ausreichen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, reden wir in der Tat schon über eine mögliche Ansteckungsgefahr Italiens. Auf wie hoch würden Sie denn die Wahrscheinlichkeit beziffern wollen, dass es in der Tat zu massiven Problemen mit Italien kommt? Eine konkrete Wahrscheinlichkeit ist natürlich schwer zu benennen. Aber ich würde sie auf jeden Fall jenseits von einem Drittel sehen. Eher mehr als 50 Prozent vielleicht sogar. Jetzt ist die Frage auch, wie wird agiert? Und das haben Sie in der vergangenen Woche gesehen bei Griechenland. Da gibt es sehr, sehr viele Unbekannte. Deshalb ist es relativ schwierig, hier irgendwelche Prognosen zu Wahrscheinlichkeiten abzugeben. Denn Sie wissen natürlich nicht, wie verhält sich die italienische Regierung. Die Regierung, Italien steht jetzt unter Beobachtung des Internationalen Währungsfonds. Sie wissen aber auch nicht, wie sich die sogenannten Geberländer verhalten werden in Zukunft. Und ob sie sich überhaupt in Zukunft noch leisten können, andere Länder in dem Ausmaß zu finanzieren. Denken Sie auch daran, Frankreich steht möglicherweise auch irgendwann vor einem Downgrade der Ratingagenturen. Das würde auch die Refinanzierungsstruktur des EFSF letztlich beeinträchtigen. Das heißt, auch der könnte sein Rating dann entsprechend wohl nicht mehr halten. Und insofern ist es relativ schwer, hier zu sagen, was passiert. Es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Aber lassen Sie uns noch ein Wort mehr zu Griechenland auch verlieren. Denn die stehen ja nun mal im Blickpunkt des Interesses. Politchaos heißt es da oder Politkrimi in den vergangenen Tagen. Papandreou wird wohl gehen müssen, wenngleich er die Vertrauensabstimmung gewonnen hat. Das ist ein Fakt. Aber es wird eine Übergangsregierung geben und die könnte möglicherweise unter Führung des ehemaligen EZB-Vizepräsidenten Papademos laufen. Kann Papademos als ehemaliges EZB-Mitglied Vertrauen zurückgewinnen? Wahrscheinlich nur schwer. Denn er wird nicht in der Lage sein, das, was über Jahrzehnte in Griechenland falsch gelaufen ist, von heute auf morgen zu ändern. Er wird auch die Mentalität dort nicht ändern. Sie haben selbst mitbekommen, wie schwer es in Griechenland bisher schon war, die Sparanstrengungen durchzusetzen. Und selbstverständlich sind die Griechen, wenn man das einzelne Individuum betrachtet, zu Recht auch aufgebracht. Aber es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann und wird, sodass ich persönlich mittelfristig einen Austritt Griechenlands aus dem Euro-Raum für wahrscheinlicher halte, als dass Griechenland dort verbleiben wird. Damit auch schon fast meine letzte Frage beantwortet. Wie die Prognose Ihrerseits aussieht, wie denn dieses Dilemma zu lösen ist? Zu lösen ist das Dilemma aus meiner Sicht nur, indem man klare Schuldenschnitte in den besonders betroffenen Ländern vereinbart, indem man vor allen Dingen Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Das betrifft auch die Europäische Zentralbank, dass sie eben nicht weiter sich instrumentalisieren lässt. Es gehen ja auch Gerüchte um, dass die Europäische Zentralbank an der Verpfändung der deutschen Währungsreserven ein kleines Wort mitgesprochen hat. Und meine kurzfristige Prognose wäre sicherlich, dass der Rettungsschirm so ausgestaltet ist, dass er erstmal ein wenig halten wird. Denn, wie gesagt, zum einen durch die Hebelung, zum anderen, die Länder müssen ja nicht alles auf einmal umschulden. Aber langfristig kann Deutschland nicht die gesamte EU retten, auch nicht mittelfristig, sodass ich persönlich vermuten würde, es werden einige Länder möglicherweise den Euroraum verlassen. Ich vermute nicht, dass er ganz zerbricht. Auch das könnte passieren. Technisch wäre das möglich. Es ist nur politisch natürlich dann ein Desaster, gerade nach dem, was wir in der letzten Zeit alles politisch gelernt haben. Und da würde man natürlich auch politisch sehr an Glaubwürdigkeit verlieren. Ein aktuelles Wort zur Euro-Krise, zum Zustand Griechenlands und wie geht es auch weiter mit Italien aus wissenschaftlicher Sicht. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Anna Möller. Sehr gerne.